Liebe Unternehmer, heute ist der 18. Oktober 2024. Anfang dieses Monats erhielten viele von uns Unternehmern einen Brief vom LFI Mecklenburg-Vorpommern. Die im April 2020 als nicht rückzahlbare Billigkeitsleistung zugesprochene Soforthilfe wird nun zahlreichen Begünstigten widerrufen und rückwirkend mit einer Verzinsung von teilweise bis zu 8,4 Prozent zurückgefordert. Die Widerrufsfrist von vier Wochen läuft ab. Gehen Sie in den Widerspruch zu Ihrem Rückforderungsbescheid, wenn auch Ihr Ungerechtigkeitsempfinden in dieser Sache angesprochen ist. Gemeinsam gewinnen wir Zeit, erste bestehende Strategien weiter zu verfolgen und die richtigen Entscheidungen abzuwägen. Durch die hohe Anzahl betroffener Unternehmen beschäftigen sich viele verschiedene Vereine, Kammern und Verbände mit der Problematik und stehen an Ihrer Seite. Unternehmen Sie etwas. Zeigen Sie Entschlossenheit, Mut und Kraft. Katja, Mut und Kraft für Ihren Betriebsbisschen. Untertitelung des ZDF, 2020